Hallo alle zusammen, willkommen zurück zu meinem Channel. Ich möchte heute ein ganz kurzes Erklärvideo geben zu diesem sogenannten Dragon Scale Effekt, weil mich einige Fragen erreicht haben, weil ihr diesen Effekt nicht reproduzieren könnt, obwohl ihr die gleichen Pigmentpulver benutzt und das gleiche Harz und ihr einfach diesen Effekt nicht bekommt. Und es hat mich gewundert, was da draußen los ist und deshalb habe ich selber nochmal ein paar Tests gemacht. Oder ich bin interessiert und dachte, okay, was da passiert, weil es super einfach ist, weil es nur ein Puddelpulver ist, aber es funktioniert nicht mehr. Also ich habe mir selbst ein paar Puls in den letzten Tagen gemacht, um zu checken, ob es etwas anders ist oder was da passiert. Und ich denke, ich habe eine Explosion für euch. Okay, also ihr seht hier, ich habe diese Schüssel in den letzten Tagen gegossen und ihr seht, dass man diesen Dragon Scale Effekt nicht entsprechend sehen kann. Man sieht ein bisschen crackling, aber das ist es. So, ihr seht hier in diesem Bowl, ich habe diese Schüssel in den letzten paar Tagen gegossen, dass wir diese Schüssel nicht bekommen haben, diese Schüssel-Effekt, compared zu dieser Schüssel hier. Ich habe diese Schüssel ein paar Monate vorgelegt, und ich habe so viele von ihnen in blühe, in blühe, in blühe, in blühe und in blühe und in blühe, in blühe und so weiter. Und jetzt ist es nicht mehr funktioniert. Und ich dachte, okay, vielleicht bin ich zu dumm und es nicht funktioniert. Hier in comparison, das ist mein Blühe Bowl, which I poured months ago and now the effect is like this. So, okay, I thought maybe I'm too stupid or maybe it's the size of the of the mold. Let's let's try the smaller ones. Okay, so, ich habe dann gedacht, der Effekt funktioniert nicht mehr mit der Schüssel. Wir machen jetzt wieder kleine Coaster, also im Vergleich zu denen hier, weil vielleicht liegt es an der Größe, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, aber egal. Und dann habe ich gestern nochmal welche gegossen. So, yesterday I poured, um, some Coasters. I used the Deepon B20 resin, so similar resin, um, I used for this one, for these two Coasters here, and the new ones turned out like this. They're going to become a bowl. So, you see, similar to the large bowl, we don't get this super nice crackling effect. Only a little bit of crackling, but not this strong and prominent crackling effect. But why? So, and to, to make sure that I'm not too stupid to get this effect anymore, I used the Depoxy 2K 4000 resin, which is this one here, and compared this. And, yeah, so I, this is the result from yesterday with this, um, Depoxy resin compared to the Deepon resin. And, and you see, here we get this super nice crackling effect. Um, super cool with this purple and blue, with the gold in the middle. Um, so, you see, crackling, but almost no crackling with the Deepon. Okay, also, wir haben Crackling-Effekt mit dem Depoxy 4000, ähm, Geode-Art, ähm, Resin bekommen, aber mit dem Deepon B20 funktioniert es nicht mehr. Das heißt, es liegt nicht an der Technik und es liegt nicht an den Farben oder was auch immer, sondern es scheint am Harz zu liegen. Und möglicherweise haben Sie die Rezeptur des Harzes so verändert, dass es jetzt nicht mehr so stark crackle, dass es nicht mehr so stark funktioniert. So, maybe they changed the Recipe of the Deepon B20 resin. So, um, and that's maybe the reason why it's not crackling like, well, yeah, like this or like, um, this anymore. Um, so, don't stress out yourself because you don't get this result with all the different products I used in my, um, first videos. Um, I, I will buy, in the next few days, I will buy another Deepon resin. The low viscosity resin, the low viscosity resin, and try this effect again. And maybe it's going to work. And then I will switch from Deepon to Depoxy resin, because I really love this effect. Ähm, ich werde in den nächsten Tagen noch ein anderes Depoxy resin kaufen, und schauen, ob, ähm, es damit funktioniert, mit dem, ähm, Niedrigviskosen-Depoxy. Und wenn das funktioniert, dann werde ich vielleicht vollständig auf das Depoxy umsteigen, je nachdem, wie gut sich das verarbeiten lässt. Und werde euch ein Vergleichsvideo machen, welches Harz dafür wirklich funktioniert und welches nicht. So, I'm going to do a, ja, new video, comparing the different resins, um, and, um, trying to get this, this nice effect. And if we get this effect with the other Depoxy, then I will switch to the other Depoxy and not using, um, the Deepon anymore. Okay, so this is only a quick update on this effect. Um, so, um, don't try it again with the Deepon B20, because it's not working anymore. Or maybe, um, yeah, so use another resin, maybe the Depoxy, or maybe it's going to work with the honey resin from Deepon. But at the moment, it's not possible with the Deepon B20 anymore. Okay, das war mein kurzes Update dazu, und ich, ähm, hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei, wenn ich dann nochmal die Harze vergleiche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, so guys, um, stay tuned, um, for my next video, comparing the different resins for this Dragon Scale effect. And see you soon, bye-bye.